Ach ja, das Leben als YouTuber ist schon glamourös. Das ist alles cool. Wir sind ja fast da. Das ist schön und macht Spaß. Hat kein Regenschirm, ne. Wer ist das? Einer dieser Touristen wollte mich testen. Ich genosse eine Leber. Mit einem Aparagon und einem ausgezeichneten Kiatou. Ja, sehr gut. Einer dieser Touristen wollte mich testen. Ich genosse eine Leber. Mit ein paar Pharma-Bohnen und einem ausgezeichneten Kiantou. Wie reagieren meine Retterfuhl? Das ist nett. Äh, zwei. Halt, zwei. Halt, zwei. Halt, zwei. Halt, zwei. Hier, ist das eine Arbeit. Wann geht es ein Ideal? Ja. Oder ist das eine Arbeit? undos. Geh arbeiten, Mann! Geh arbeiten! Geh arbeiten!